Es läuft der richtige Song, es fällt einem vielleicht gerade das Richtige ein und es ist irgendwie so ein gutes Gefühl und das strahlt, dieses gute Gefühl auszustrahlen, die technische Barriere des Radiostudios zu überwinden und das irgendwo mitzuteilen, mitzugeben und sei es nur zwischen den Zeilen. Das ist die tagtägliche Aufgabe und das ist auch der Zauber einer Morgenshow. Deswegen ist eine Morgenshow mit nichts anderem, was im Radio passiert, meines Erachtens vergleichbar und unsere Liebe gehört dieser Morgenshow. Das ist ganz, ganz massiv im Ö3-Wecker-Team seit jeher. Die Menschen, die den Wecker machen, lieben den Wecker und das wollen wir auch weitergeben. Es ist die Info, es ist Service und es ist die Unterhaltung, die darf man nicht unterschätzen. Sobald du mit einem Grinser rein startest an diesen Tag, ist es schon immer ganz so gorstig, dass es Montag ist. Ich glaube, manchen Menschen geht es einfach darum, dass jemand da ist in der Früh und mit seinem Partner redet man vielleicht nicht mehr so gerne. Da hat man dann vielleicht uns. Da ist einfach jemand hier und du bist nicht alleine, um in den Tag zu starten.